Drake und Adonis im Partnerlook zur Familienfeier Drake, 36, hat sich schick gemacht. Der Rapper und die französische Künstlerin Sophie Bruce-Aux, 33, sind Eltern des gemeinsamen Sohnes Adonis. Wie wichtig Drake seine Vaterrolle nimmt und wie viel Zeit er mit seinem Sohn verbringt, zeigt er immer wieder auch im Netz. Am Wochenende feierte der Superstar den Geburtstag seiner Mutter und dabei durfte sein stühles Herr Junior nicht fehlen, Drake kam mit seinem Söhnchen im Partnerlook. Zu Ehren des 75. Geburtstags seiner Mutter Sandy Graham schmiss sich der Kanadier mit seinem Spross in Schale. Die beiden trugen schicke graue Anzüge, deren Farbnuancen sich nur leicht unterschieden. Es scheint, als ob das Bild, auf dem die zwei lässig posieren, in einer Fotobox aufgenommen wurde. Auf den Bildern, die auf Drakes Instagram-Profil zu sehen ist, sieht man auch die Eltern des 36-Jährigen. Das nahe Verhältnis, das die Familienmitglieder zueinander haben zu scheinen, wird auf einem Foto deutlich. Die Dankbarkeit und Liebe, die der Wanddance-Interpret für seine Mama empfindet, formulierte er unter seinem Post. 75 Jahre, danke Mama für die neun Monate, die du mich in deinem Bauch getragen hast. All die Schmerzen und das Leid Niemand kennt den Druck, den du erträckst, nur du selbst. Ich schenke dir meine ganze Liebe, Kalonie, schrieb er zu den intimen Schnappschüssen der Feier. Ich schenke dir meine Schmerzen und die Schmerzen und die Schmerzen. Ich schenke dir meine Schmerzen. Ich schenke dir meine Schmerzen und die Schmerzen! Ich schenke uns, dass das choisigen Schmerzen-Danke-2? Wir aiming